Musik Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir heissen Sie recht herzlich willkommen zum folgstümlichen Abend vom Jadlerklub Maiglöckli Willisau. Musik 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 Und sage, sich haut einfach so um die Gnüt. Und sage, sich haut einfach so um die Gnüt. Und sage, sich haut einfach so um die Gnüt. Und sage, sich haut einfach so um die Gnüt. Und sage, sich haut einfach so um die Gnüt. Und sage, sich haut einfach so um die Gnüt. Und dann sage, sich haut einfach so um die Gnüt. Und dann sage, sich haut einfach so um die Gnüt. Und dann sage, sich haut einfach so um die Gnüt. Und hier im Speziellen unsere zwei neue Gesichter, die wir unter uns haben. Und dann sage, sich haut einfach so um die Gnüt. Und dann sage, sich haut einfach so um die Gnüt. Gnüt. Und dann von SERV, die wir unter uns haben. So, danke unseren Gönnern und Spender. Dann dem Gotthard Walter, herzlichen Dank für die Ton- und Beleuchtung. Er macht das wie immer perfekt. Ich danke auch unseren Konzerthelferinnen und Helfern am Buffet, im Service oder an der Kasse. Dann meine Vorstandskolleginnen und Kollegen, danke für eure super Unterstützung. Und zuletzt natürlich euch, liebes Publikum, für den Besuch. Das Wichtigste zu wissen, Ende Juni sind wir am Zentralschweizer Jodlerfest in Sarnen anzutreffen. Am Betttag dürfen wir die Jodlermessung der katholischen Pfarrkirche Willisolden streiten. Und Christenkindli werden sie natürlich mit unseren legendären Opferkirchen wieder präsent. Und das nächste Jahr dürfen wir bereits unser 85-jähriges Jubiläum feiern. Ja, ich habe das Publikum im Namen von Jodlermessung und Melglöckli. Ich danke für unsere Besuche und weitere gute Unterhaltung. Danke vielmals. Und das nächste Jahr dürfen wir jetzt noch nicht. Auf Gottes Herde Seid Glück, Seid Fried und Friede Übernach Wir waren Höber, weit und stark Es grüßt uns Langenhaus Am Weg E freie Frohe Schweizer E freie Sprech Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020